Jetzt habe ich mir in deinem Instagram-Kanal mal die Gerichte rausgesucht, die ich selber öfter esse oder auch bestelle. Spreche ich das richtig aus? Bei Lama-Chun? Lama-Chun. Lama-Chun? Richtig. Zigara-Böre-Gi? Zigara-Böre. Aber das Wort Zigara benutzt man heutzutage nicht mehr so oft, weil das übersetzt Zigarette heißt. Ah, okay. Deshalb wird das jetzt auf Kalem, also mit Kalem ersetzt. Kalem-Böre-Gi. Genau. Okay. Dann Gößleme oder Gößleme mit Spinat? Genau, das heißt Spanak mit Gößleme. Gößleme. Richtig. Okay.